Wahrscheinlich war die Rätzelei zu groß. Diese Aufgabe, die lässt sich so lösen. Ich hatte ja gesagt, ich erinnere nochmal an solche Sachen wie Wechselwinkel, Stufenwinkel und so weiter. Wir haben es mit zwei geschnittenen Parallelen zu tun. Geschnitten, jetzt mal nur dieses blaue Dreieck hier, hat hier eine Linie und die schneidet die Parallelen schon. Wenn ich jetzt Alpha vorgegeben als 40 Grad habe, was habe ich denn dann hier? Am besten, ich mache das mal in hellgrün, dann fällt das besser auf. Alpha hier und Achtung, ein Wechselwinkel hier. Also kann ich hier 40 Grad reinschreiben. Wenn ich hier 40 Grad reinschreiben kann, wie geht es dann weiter? Jetzt gucken wir uns mal diesen Winkel an, diesen gesamten Winkel hier. Nützt der uns was? Wahrscheinlich noch nicht. Ich muss ja irgendwie einen Bezug haben, hier rauf. Wenn aber das 40 Grad sind, jetzt müssen wir weiterdenken. Und am besten, ich mache jetzt mal eine Pause zwischen jedem einzelnen Schritt. Und ihr guckt mal, welche Winkel bedeutsam sind und ob irgendwelche Stufenwinkel, Wechselwinkel, Scheitelwinkel und so weiter auftreten. Und nach jeder Pause sage ich dann, wie ich es gemacht habe. Ihr werdet es dann wahrscheinlich genauso machen. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich schon ein bisschen fehlgelenkt. Stufenwinkel, ja, alles gut und schön. Aber wir dürfen das nicht vergessen. In der Aufgabe hieß es ja, der Kerl, der das erfunden hat, hat hier eingestochen und dann einen Kreisbogen gezogen. Das heißt, wie lang ist denn die Seite? Ja, die ist genauso lang wie die hier. Oh, das ist schön. Dann haben wir es mindestens mit einem gleichschenklichen Dreieck zu tun. Also können wir hier getrost reinschreiben. 40 Grad. Na, hoffentlich sieht man das, weil das... Ich mache es jetzt mal in dunkelgrün nach. Aber jetzt die nächste Überlegung. Ich mache wieder Pause und ihr auch und überlegt, wie es weitergeht. Ich schreibe das in der Zeit in dunkelgrün um und zeige den nächsten Schritt danach. Na, habt ihr denn erkannt? Wenn ich hier nach hier gucke, habe ich hier einen Wechselwinkel. Oh, schön. Also hier die 40 Grad und die sind Wechselwinkel. Und hier und hier habe ich auch einen. Wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich ja letzten Endes darauf kommen, mit diesen verlängerten Geraden klar zu kommen. Da muss ich hin. Also ich brauche noch mehrere Winkel. Nebenbei, dieses Ding ist auch ein Dreieck hier. Aber jetzt erstmal, den haben wir bestimmt. Wie geht es hier mit den anderen Winkeln weiter? Ich mache Pause. Ihr macht auch Pause. Überlegt euch und dann vergleichen wir wieder. So, ich habe das nochmal hellgrün gemacht, aber die Zahlen bleiben dunkelgrün, damit die leichter zu erkennen sind. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, denkt nochmal an den Zirkel. Der Mensch hat hier mit dem Zirkel auch hier rumgezogen. Das heißt, von hier ausgehend bis hier ist es genauso weit wie bis hier. Ich habe also hier wieder ein gleichschenkliches Dreieck mit der hellblauen Linie. Also dieser blaue Schenkel, der schwarze Schenkel und der hellblaue Schenkel ergeben ein gleichschenkliches Dreieck. Die Basis ist hellblau. Demzufolge, wenn ich sage, 180 Grad habe ich insgesamt in einem Dreieck als Innenwinkelsumme und ich habe schon 40 Grad, also kann ich die 40 Grad hier, hier diese, kann ich die schon mal abziehen, minus 40 Grad und dann ergibt sich 140 Grad. Ja, und da die beiden gleich sind, teile ich durch zwei und habe die 70 Grad. Wie geht es jetzt weiter? Überlegt und ich tue es auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr genau das gleiche der Reihenfolge nachgemacht habt. Guckt mal hier, auf der hellblauen Linie habe ich schon 70 Grad, der Ergänzungswinkel zu 180 Grad sind 110 Grad. Oder ihr habt euch gesagt, diese 40 Grad hier und diese, weil es ja Parallelen sind, und diese sind echte Stufenwinkel. Also beide Schritte sind jetzt praktisch möglich gewesen. Und jetzt muss ich bloß noch eins machen. Jetzt sage ich, okay, 110 Grad, 40 Grad habe ich schon und Beta bleibt übrig. 110 plus 40 ist 150 und 30 dazu. Also Beta sind 30 Grad. Ja, ich hoffe, ihr habt es auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr es verstanden habt, wenn es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und wenn nicht, mach das nochmal von vorne. Mach das selber. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.